Hallo, ich freue mich gerade total, weil ich unmittelbar gerade von einem Kundengespräch rauskomme, ein Analysegespräch, was bei uns heilig ist und wir am Ende eines jeden Projektes immer auch durchführen. Unser Kunde hatte eine vierwöchige YouTube-Personalkampagne gebucht und hat vier Bewerber auf den Tisch bekommen, qualifizierte, richtig gute. Das freut mich, das freut den Kunden und dementsprechend ja voller Erfolg. Wenn du Lust hast, auch mal mit mir über die Möglichkeiten einer YouTube-Personalkampagne zu sprechen, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich total.